Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Stay High-Jagge von Ufos letzten Album, nur für dich. Ja, jollo Leute, willkommen auf diesem wunderschönen Kanal. Willkommen zu einem neuen Video. Ich grüße alle Chicas und alle Pramikos. Alle Pramikos. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben und auch die zu den Chicas und Pramikos gehören wollen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Aber den anderen Kanal abonnieren reicht auch. Let's go! Mit dem zweiten Teil von... Ich zeige euch meinen Bildern. Es gibt dann drei Teile, weil das letzte Video von dem finde ich nicht mehr. Was ich gemacht habe, weil ich schon so viele Videos gemacht habe. Genau. Aber jetzt zeige ich euch Bilder, die ich gestern vergessen habe. Let's go! Dann gehen wir mal in mein Zimmer. Ich war gerade im Studio. Raum. Let's go! Just zwei Bilder, die ich gemacht habe, gerade letztes Mal. Das sind auch wieder mit Spree-Dosen gesprüht. Das soll so eine Reihe sein. Das heißt, wenn man diese Bilder auf der Wand aufhängt, sollte das so ein Bild ergeben. Und es kommt dann noch eine dritte Leinwand hinzu. Na, ich habe das schon mal mit drei Beine mitgemacht und das ist das. Das kann man sich aufhängen und dann wird das so eine Reihe. Sowas mache ich ab und zu. Genau. Und ein Bild, was noch entstehen will, was noch nicht fertig ist, zeige ich euch jetzt. Ich finde gerade dieses Bild nicht. Aber egal. Ich komme gleich wieder. Ich muss schnell runter, weil man... Das ist das größte Bild, was ich eigentlich jemals gemalt habe. Und das soll so ein Ankerrad sein oder ein anderes Rad. Also so ein Ankerrad sein oder ein anderes Rad. Genau. Das war es eigentlich mit dem Video. Tsch- Ciao! Tsch- 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 Tsch-